Uiuiuiu, jetzt aber. Sneaken, 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 jawohl, jawohl, und jetzt den Sprung schaffen. NEIN! Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist der Petel und wir spielen heute auf dem RandyMC-Server Lucky Race, was nichts anderes ist als Jump League mit Lucky Blöcken, wie ihr seht. Und ich habe direkt ein extra Herz bekommen. Und Leder-Equip braucht man natürlich auch für die Wildnis. Was war das? Was war das? Ach, das ist eine... Eine Lucky Leggins, Alter. Und ihr seht rechts natürlich die Tabelle, wer am weitesten vorne liegt. So, und da seht ihr, da steht Pedal.TV. Das liegt daran, dass ich mich nicken kann. Und ich hoffe, dass es am Ende beim PvP nicht so ist, dass ich getargetet werde. Was ja ganz oft der Fall ist, weil Leute einfach keinen Bock haben, richtig zu spielen. Ich rushen jetzt ein bisschen, weil ich möchte ein bisschen Abstand haben. Und wenn du das Spiel natürlich... Zehn Module hattest, ja? Wenn du das Spiel natürlich so schnell wie möglich beendest... So schnell wie möglich beendet hast... Okay, egal. Dann, ähm... Solltest du das bessere Equip haben. Komm, wir müssen jetzt ein bisschen Tempo vorlegen. Machen wir auch. Geht's? Okay, ich bin immer noch Erster. Oh, ein Diaschwert! Alter, mit Verbrennung. Sehr gut. Ich weiß... Ich hoffe... Also, okay. Jetzt ist es irgendwie so ein Jimmy-Reiter. Okay. Verzauberungshelbe brauchen wir gerade nicht. Deswegen können wir ruhig weitergehen. Oh, da hinten sind schon Leitern. Ich seh's schon. Da hab ich echt gar keinen Bock drauf. Ich hasse Leitern. Aber die hab ich... Oh, hab ich... Das hab ich gut gemacht, Alter. Ohne Witz. Ich hasse Leitern sowas von. Jawollo. Nur noch das hier schaffen. Ja! Oh! Geil. Das war echt gut. So. Wir sind immer noch gleich auf mit dem anderen Typen. Aber jetzt nicht mehr. So. Wir haben noch einen leichten Vorsprung. Wieder ein Diaschwert. Okay. Beides dieselben. Mann, ich muss jetzt mal was Geiles. Nochmal ein Extraherz oder sowas. Ein Lucky Wolf. Mann, er bringt uns so nichts. Der ganze Lucky Wolf ist schon tot. Uiuiuiui. Jetzt aber. Sneaken. 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 Jawoll. Jawoll. Und jetzt den Sprung schaffen. Nein! Oh! Wie knapp das einfach war. Weil ich diese Zaunsprünge nicht packe, hat er mich schon fast eingeholt. Okay. Ja, geschafft. Okay. Jetzt müssen wir es wieder gut machen. Sieben. Sehr gut. Immer noch einen voraus. Gebt mir euer Goldsaft. Apfel. Was weiß ich. Goldmilch. Ja, der wieder Lucky Wolf. Oh, dasselbe wieder hier. Come on, Peter. Later. Okay. Acht haben wir. Hätten wir geschafft. Schon wieder ein Lucky Hunde. Und ein Giant Zombie. Alles klar. Da ist noch was. Der andere ist noch bei sechs. Ach. Schon wieder so ein Kack. Nice. Neun. Oh, Leiter. Nein. Leiter finde ich genauso krebshaft wie, äh. Was? Ich habe gesneakt. Ohne Witz. Das hätte nicht sein können. Gut. Dass er immer noch auf sechs ist. Jemand anderes hätte mich schon längst überholt. Ich kriege es nicht hin. Was ist denn los da? Das ist ja wie vernagelt. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Okay. Lucky Chase mit Schutz und Dorn. Schutz und Feuerschutz. Ähm. Feuerschutz. Und ein Helm mit Feuerschutz. So. Das legen wir auf zwei. Das legen wir auf eins. Ich habe auch keine Rod, ne? Das heißt, ich kämpfe die ganze Zeit wie ein McLary. Und so dicke Rüstung habe ich auch nicht, Alter. Mist, verdammter. Ich hätte dieses Modul schaffen müssen, eigentlich. Ich kriege es aber nicht hin, da auf diese Leiter zu jumpen. Als wäre ich ein Stück Kot. In der Not. Mit Brot. Okay. Jetzt auch bei neun. Und ich hatte so einen krassen Vorsprung. Okay. A Nummer eins. Hinten ist der nächste. Okay. Der hat gutes Equip. Hä? Wo ist der? Hä? Wo ist der hin, der Johnny? Okay. Zweiter. Was? Wo war der denn? Was ist mit dem? Hä? Liegt hundertprozentig am Server. Ich weiß das, aber... Das ist richtig scheiße. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Der war eben noch unsichtbar. Und dann plötzlich fliegt der so halb. Was natürlich kein Hack war oder sowas. Um Gottes Willen. Junge! Er ist einfach unsichtbar! Okay. Egal. Ich töte ihn trotzdem. Weil ich eine Maschine bin. Als ob! Mann! Der fuckt mich so ab, Alter! Ich komme jetzt von der Side of Life. Okay, den. Der ist schon wie... Der ist jetzt unsichtbar hier, der... Nein! Er ist unsichtbar! Als ob, Mann! Bangs! Wenn du das siehst, Alter! Junge! Er ist fucking unsichtbar gewesen! Okay, pass. Bangs, Alter! Junge! Du alter Haudegen! Jetzt mache ich noch schnell hier ein Screen mit dem Boy. Okay, perfekt. Nice. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Jetzt geht's los. Kompass sagt mir, irgendwo hier sollte der sein. Hä? Jetzt ist... Bitte... Mann! Er darf nicht unsichtbar sein! Da hinten ist er. Der Kompass. Richtig geil. Er zeigt da hinten gegen die Wand, Alter! Ja, okay. G zu dem G. Auf jeden Fall war das nachher noch ein enges Ding. Ist halt schade, dass die Leute manchmal unsichtbar sind. Mich hat wer bei Skype geändert. Ist natürlich scheiße, Alter! Und für mich natürlich Glück. Aber das gehört dazu, denn es war Lucky Race. Das war ein sehr schöner Übergang, by the way. Ja, Leute. Ist noch nicht ganz ausgewogen. Aber ich finde es mega cool. Ich mag ja Lucky Blöcke allgemein. Das kann ich nicht oft genug sagen. Leute, das war es für ein Video. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei RandyMC vorbei. Von denen habe ich 10 Millionen Euro bekommen, dass ich das jetzt sage. Und ja, Leute. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind noch mehr Lucky Videos zu sehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sind uns die Tage wieder. Haut rein. Tschaußen.